So, wir sind ja nicht in Berlin, wir fangen mal pünktlich an. Ja, hallo und willkommen auf dem Easter Hack. Viel Spaß wünschen wir euch. Da hinten sind die Bars. Der Michi hat übrigens nochmal darüber nachgedacht. Das ging dann so weiter. Und dann hat er gesagt, macht ihr das mal, ihr Trottel. Okay. 20 Jahre Easter Hack. Ich glaube, hier sind ein paar Leute im Raum, die so ziemlich alle gesehen haben. Ich weiß zumindest, dass eine Person hier im Raum ist, die das erste Easter Hack mit ins Leben gerufen hat. Dürft ihr nachher selber suchen, das ist so ein Wimmelbild. Eine der anderen Personen ist auch hier, die macht aber gerade Einlass, glaube ich. Also das hat sich nichts geändert in den 20 Jahren. Wir wollen mal ganz kurz die Easter Hack-Checkliste durchgehen. Ich zitiere mal von Easter Hack EU. Die Easter Hacks sind CCC-Veranstaltungen mit Teilnehmerzahlen um die 250. Haben wir verloren. Tut mir leid. Ich glaube, das haben die Wiener gerissen letztes Mal. Irgendwas in dieser Größenordnung. Easter Hack soll so sein, wie der Kongress früher mal war. Entspannt, eher familiär, man kennt sich. Das wünschen wir uns alle. Den Haken würde ich nachher gerne setzen. Und mein Appell an NIGRI wäre, daraus auf der Webseite zwei Punkte zu machen, weil in das Eidelstädter Bürgerhaus können wir echt nicht wieder zurück. Das ist ein bisschen eng, ja. Und es wird auch gerade schon wieder umgebaut. Ja, die Betonung liegt auf Workshops, nicht auf Vorträgen. Wir haben genau diesen einen Vortragssaal. Wir haben versucht, drei verschiedene Workshop-Bereiche zu machen, plus die Löt-Area. Geht zu Workshops, habt Spaß wie früher. Es gibt ein Frühstücksbuffet hier vorne, ist im Eintrittspreis enthalten und beginnt früh wie Frühstück und ist bis hinten sehr großzügig ausgelegt. Das heißt, es wird lange Frühstück geben. Ja, und es gibt natürlich auch wieder Tassen. Solltet ihr hoffentlich alle erhalten haben, sonst habt ihr Gästetickets und kriegt keine Tassen. Die könnt ihr aber für 15 Euro am Merchstand kaufen. Was? Du bist im Sales, oder? Ja. Das ist ein bisschen geil. Ich habe mal versucht, ein bisschen rumzurechnen. 20 Jahre Easter Egg, das war einfach 20 Tassen. Es gibt einen tollen Talk von Pylon dazu, über die Tassen heute Nacht, glaube ich, STB, ich gucke dich an. Heute Abend Pylon, hier, kann ich nur empfehlen. Es haben zwölf Erfers ein Easter Egg ausgerichtet bisher. Früher war ja der Rhythmus Hamburg in den ungeraden Jahren, dann ist das Wanderpokal weitergegangen. Das haben wir dann mal pausiert, während der Kongress hier war. Mal gucken, wie das weitergeht. Wir haben unendlich viel Lötzinn verbraten auf der ganzen Reise. Es wurde viel gefunkt. Wir haben am Eidelschäder Bürgerhaus Antennen auf die merkwürdigste Weise aufs Dach gebracht. Ich glaube, Elch ist da auch mehrfach beinahe runtergefallen. Wir haben viel feinen Fug gemacht und ich wollte eigentlich auflisten, wie viele Workshops und Talks es in den 20 Jahren gab. Ich habe sie aber nicht zusammengezählt gekriegt. Es ist viel auch in der Diffusion der Geschichte verschwommen. Und, aber das Besondere, es gab einen Martetaler. Wer mehr über den Martetaler wissen möchte, sollte sich jemanden suchen, der auf dem Basler Easter Egg war. Da gibt es eine Geschichte dazu. Wir sind jetzt hier auf Kampnagel, der alten Maschinenfabrik, wo viel Hamburger Geschichte gebaut, geschweißt wurde. Maschinen, Motoren, Kräne. Der STB ist ein sehr guter Ansprechpartner dafür. Der kennt sich da blendend aus. Und das Ganze ist jetzt nach einer Besetzung in den 70ern mittlerweile zu einer wunderbaren Kultureinrichtung geworden, wo viele tolle Leute arbeiten, die wir auch zum Teil mittlerweile Gott sei Dank unsere Freundin nennen können und hinterher hoffentlich noch mehr, wenn sie uns noch mögen. Das ist der Plan, den haben wir auch an ein paar Ecken aufgehängt. Das ist eigentlich alles relativ leicht zu finden. Ich weiß nicht, gibt es zu dem Plan Fragen? Gut. Das Kino ist das Alabama, das ist auf diesem Plan nicht drauf. Das grenzt aber im Westen an, also wenn du quasi im Hackcenter durch die Wand diffundieren würdest, in der K4, wärst du schon fast im Alabama, aber ich würde außen rum gehen, das ist einfach schöner. Das heißt, außen, Vorplatz, linke Seite, am Pistambul vorbei, kommt gleich das Kino. Ups, eine Folie zu weit. Pistambul ist ein gutes Stichwort. Gut, wir haben hier Frühstück, das Pistambulat, tolles Essen, vegan, vegetarisch, auch mit Fleisch. Nette, tolle Leute, gute Preise jederzeit, die freuen sich. Ansonsten gibt es in der Umgebung auch noch alles Mögliche, andere zu essen. Chinesisches Essen, die Straße runter, echt lecker, ansonsten trinken gerne nur bei uns, weil das finanziert das Easter Hacker. Ja, noch mehr Facts, ja, Frühstück, ja, schon wieder Frühstück, Tassen gibt es auch, haben wir auch schon gesagt. Weil deine Verkaufsfolie jetzt erst kommt. Meine Verkaufsfolie, ja, okay. Ja, Merch wird jetzt schon ausgegeben, habe ich gesehen, nicht erst heute Abend und morgen, also geht zum Merch. Merch, wir werden noch einmal Merch für alle, die Leute machen, die bisher verplant keine Lust hatten, sich was zu kaufen. Das heißt, wir werden nochmal eine Runde starten, wahrscheinlich nach dem Easter Hack, nach dem Easter Hack, habe ich gehört. Vorträge gibt es hier, du hast echt meine Folie jetzt erst. Ist dir leid. Ja, okay, Workshops in der K1, da hinten, auch die Löt-Area und dort hinten in der P1 und dann gibt es hier so eine Party in der KMH, habe ich gehört. Ja, also heute ist ja auch Karfreitags, heißt heute wird es ja gesittelt zu geben. Also heute wird christliche Musik gespielt, ja, bitte aufpassen, nicht wippen mit den Füßen, sondern nur dastehen, maximal etwas nicken, ja, mehr nicht. Genau, nochmal für alle, die noch nicht so regelmäßig auf den Events waren und sind, die wichtigsten Telefonnummern entdeckt, wenn das denn gleich up and running ist, was es hoffentlich gleich ist. Zum Abfotografieren oder sich merken, im Zweifel, wenn man nicht mehr weiter weiß, die 110 oder die 1000 anrufen, irgendjemand findet da was. Auch hier trinkt mehr Chunk, Party und Getränke. Und Wasser. Ja, Wasser, ein bisschen Wasser. Genau, das ernste Thema. Ich, ich bin für ernst, okay. Ja, testet euch regelmäßig morgens bitte, bevor ihr herkommt. Wir haben vorne beim Himmel auch eine Menge an Corona-Tests und Masken liegen. Nutzt Masken, wenn ihr euch unwohl fühlt oder wenn ihr vor allem in irgendwelchen Bereichen sind, wo sehr, sehr viele Leute quasi auf einen Ort kommen. Ja, Händewaschen, 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 nach dem Toiletten gehen, Händewaschen. Generell überall sind Desinfektionsspende auch noch angebracht. Ja, hier lustigen Spruch, Toilettengänge. Ja, Händewaschen. Genau, das Gebäude wird uns von Kampnagel wirklich unter Freunden freundschaftlich überlassen. Wir haben so gut wie keine Auflagen, ihr habt gesehen, wir haben hier gestern Abend oder gestern über den Tag das aufgebaut. Alles super smooth. Das Übliche, was immer auf unseren Veranstaltungen gilt, verhinterlasst das Gebäude besser als es war. Ich habe da noch so eine Reparaturliste, die könnte ich rumreichen. Stellt euer Geschirr zurück, wenn ihr seht, dass Hilfe gebraucht wird an irgendeiner Position, sei es beim Spülen, sei es bei Flaschen, sei es beim Müll, fast einfach mit an, das wäre toll. Wenn irgendwas fehlt, wenn ihr sagt, Mensch, da ist mir was umgefallen, ich brauche mal einen Lappen, der Himmel oder der Frühstücksdesk haben, entsprechend. Genau, keine Sticker-Tags, Durchbrüche, neu eingezogene Wände ohne Rücksprache. Das wäre wirklich gut. Was mache ich? Wir bedanken uns bei unseren Freundinnen und Freunden von Kampnagel für die tolle Aufnahme, für die tollen Vorgespräche. Ich habe hier jetzt, was ich sonst wirklich nicht mache, Werbung drauf für Café Libertat, für das Kollektiv. Das ist ein zapatistisches Kaffee-Kollektiv. Mit denen der Club, der Hamburger Club, schon sehr, sehr lange befreundet ist und bei denen ich nur angerufen habe und habe gesagt, sag mal, könnt ihr uns so ein paar von diesen Bonamart-Kaffeemaschinen-Dingern leihen? Und da haben sie gesagt, ja klar, aber braucht ihr vielleicht noch Kaffee? Und die haben ernsthaft 40 Kilo geilen, teuren Kaffee hier reingekippt und gesagt, macht. Knapp 16 Minuten sind vorbei, 14 haben wir noch, das schaffen wir. Ja, 30 Minuten kriegen wir voll. Euch mache ich fertig. Ja, jetzt hier eine kleine Slideshow vom Easter Hack, von den vergessenen letzten zwei Jahren. Ja, wir haben mal die Screenshots der Seiten gesichert und versuchen auch die Seiten zu rekonstruieren. Meine Bitte, wenn ihr eine Veranstaltung macht und beschließt, den Webserver mit der Veranstaltungswebseite abzuschalten, macht eine verdammte Kopie oder schiebt sie ins Archive.org oder schiebt sie ins Hacker-Archiv, dazu gibt es morgen eine Session. Es ist wahnsinnig schwer, die Forensik in diesen 40 Jahren Club gerade zu betreiben, weil so viele Infos schon aus dem Netz verschwunden sind. Migri versucht auf der Easter Egg EU auf alle Sachen zu verlinken, der gräbt nur noch durch Archive.org. Also es wäre toll, wenn ihr irgendwas macht und ihr wollt die Server löschen, sagt uns Bescheid, wir archivieren den Shit. Das wäre wirklich prima. Genau, und damit sind wir eigentlich, wir können noch ein bisschen Slideshow gucken. Genau, also Slideshow läuft noch 13 Minuten. Viel Spaß oder Fragen? Gut, dann viel Spaß. Nee, war kein Scheiß, wir sind fertig. Also, es sind ja Fragen. Ich sehe da eine ordentliche Frage. Das Wimmelbild? Du musst dich mal hier hinstellen. Und dann musst du Migri suchen. Ich darf euch ja nicht fotografieren. Wieso? Ich mache doch Presse. Weitere Fragen? Da ist eine sehr gute Frage, weil, Entschuldigung, die Frage war, wie viele Teilnehmende wir jetzt haben. Also, wir haben auf 999 geplant. Diese Hallen hier fassen bei einer anderen Veranstaltung einer IT-Bande, die hier sommerlich stattfindet, mit Garten irgendwie dreieinhalbtausend. Wir wissen aber alle, Anreise, Erkrankungen, etc., bla, also genaue Zahl können wir euch im Abschluss sagen. Aber das ist so die grobe Richtung. Das soll aber in Zukunft nicht immer so groß sein, das Easter Egg. Also, die Regensburger müssen jetzt keine Turnhalle mieten. Das kann auch wieder kleiner werden. Das hier ist das Jubiläum. Mal so sagen, wir haben dafür keine Bändchen produziert, aber es gibt da eine Lösung. Reicht das? Ja, ne? Gut. Ja, ich kann auch die Titel in der Maschine holen, das geht. Kein Problem. Weitere Fragen? Wir sind bei Slide 24 von 33. Gut, dann geht euch doch eine Mate holen. Also, wir haben echt nichts mehr zu erzählen. Es läuft. Wer sich für die Slideshow interessiert, die läuft auch im Hauptfoyer auf so einem kleinen Fernseher in der Ecke mit. Also, der könnte ja auch... Dann geht euch mal. David. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.